Willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider! Endlich wieder neuer Part! Warum das so lange gedauert hat? Ja, ähm... Keine Ahnung, ja doch... Ich hab keine Ahnung davon, aber... Ja... Der Reiz... Der Bock... Und jetzt hatten wir davon... Ohne Bock ist ja lustlos... Offennehmen... Und jetzt... Ups, Mikro... Und jetzt kommt via Videos, ja... Sollten... Wenn nicht, dann schreibt uns auf meinen Kanal, wenn... Ich wär jetzt wirklich hier drin... Alter, wenn ich gerade fail einfach... Sind die automatisch hier? Clear 50? Nö... Boah... Noch geschafft, Alter... Boah, hier ist ja noch einer... Boah, hier ist ja noch einer... Na, dann geht das wieder, geht's... Oh, da wollte ich nicht... Egal... Hab's eben getan... Was die im so an sich... Wie ich mich erinnere... Weil ich vorher geguckt habe... Secret... 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 Äh... Ja... Ich muss nur noch den Weg finden... Für den richtigen Weg... Ja... Ist irgendwie logisch den Weg finden... Für den Weg... Also ja... Hab mich ja schon gefunden... Nix für Aufregung... Ich hab ihn ja... So... Also... Oder... Ne... Das ist ja unmöglich andere... Also ja... Umgucken soll ich mich mal besser umgucken... Ist ja auch irgendwie blöd... Nach hinten... Oder... Ja... Recht offensichtlich... Aber egal... So bin ich mal... Ich weiß nicht... Soll ich's probieren... Aber so richtig... Oh... Ja... Dann... Schön... Ja... War... Klar... Egal... Neuer Versuch... Sind ja erst... Erst bei... Zwei Minuten... 30... Fast... Ne... Schon danach... So... Die Taste... Ne... Bist eh nie weh... Das ich jetzt drücke... Aber egal... Äh... Ja... Weshalb denn da für dich? Mikro an? Ja ist es sogar... Ich weiß nicht recht wo ich jetzt hin soll... Bleib mal stehen... So... Ja... So... Wohl knapp am Boden... Aber egal... Wenn du mich auf den Boden knallst... Ist natürlich... Okay... Müsste gehen... Müsste... Ähm... Ja... Es muss gehen... So... Nein... Muss es nicht... Wohin denn? Oder... Ich hab mir doch erst angucken sollen... Das Level... Boah... Der Abschnitt... Den... Äh... Verspreche ohne Ende nur noch... Den Abschnitt hätte ich mir vorher erst angucken müssen... Sollten... Sollte... Ja... So tun soll... Als hätte ich erst schon alles gewusst... Darauf wäre ich nie gekommen... Danach... Ja... Danach... Ich bin so verpeilt... Gerade einfach... Ist das überhaupt der richtige Weg... Oh... Ich... Ich... Ich erinnere mich... Dass hier zwei Wege... Von den sollen... Gabs... Wo ist das Mikro... Hast du da? Ja... Kein nix für... Ja... Ich weiß... Ich... 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 Keine Ahnung... Was ich... Bin... Abgestört... Ne... Bin dagegen geklatscht... So... Ich... Hab das Wort gefunden... Weil ich... Äh... Versuchen wollte... Ich... 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 Ja... Keine... Hier... Rein... Schießen... Ey... Mein... Paz... Wir werden auch öfters geguckt... Was ich hier recht schön finde... Danke an die... An denjenigen... An diejenigen... Die... Man... Paz... Gucken... Oder... Plays... Oder... Videos... Oder... Filmmaterial... Material... Und... So... Und... Hier kommt die Stelle wieder... Ja... Ging ja doch... Diesmal... Hab ich euch schon erzählt... Wo ich bei Griechenland... Bei den... Offer... Mit den Schwertern... Keine Ahnung... Wie die gerade heißt... Eine Stunde... Dann gesessen habe... Bis ich so einen Sprung... Schock habe... Ich glaube... Das habe ich schon erzählt... Ja... Hab ich glaube ich schon... Weh... Wär gut... Okay... Los... Aufpassen... Wär so ärgerlich... Ja... 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 So... Sion... Colour... Packs... Theocons... Äh... Ups... Äh... Ja... Nehmen wir das einfach... Er... Harry Potter... Das LP zu Harry Potter... Kommt auch noch... Irgendwann wieder... Demnäs... Wenn die Bio hochkommt... Das kommt hoch... Witzig... Ähm... Ja... Komm auch immer... Wenn ihr das Video hier seht... Diese Erde... Schlitz... Seid auch ein Schlitz... Fritz... Schlitz... Fritz... Ja... Und wo ist er jetzt? Komm ich hoch? Ja... Ja... Hoch... Ganz hoch hinaus... Ich überlege... Kann da sein... Kann das nicht sein... Hm... Haha... Warum weiß ich das nicht? Ich will den Weg finden, ne? Schon ne Minuten, Alter, ey... Soll ich auch mal was tun... Und ich... Komm mal rumlaufen, ne? Den aufprobieren... Und dann... Ausführen... Und dann... Gucken, ne? Und dann heulen... Wenn's nicht geht... So... Langsam kenne ich den Weg, ja? Langsam kenne ich ihn... Hm... Warst du richtig? Ja... Egal... Wir wissen... Wissen wir den Weg jetzt... Wir wissen den Weg... Ähm... Ja... Wir wissen den... Wir wissen den jetzt... Auch schon, oder? Hab gar nicht lang gedauert... Noch schwingen... Wenig... Hin und her... Oben gelandet... Gut... Haben wir den Sprung... Gespart... Das hier... Lass ich mal... Längst liegen... Weil's auch längst ist... Witzig... Ähm... Alle kommen schon... Wie? Ja... Wird grad'n Schimpfwort benutzen... Habe ich reingelassen... Warum, Bruder? Wer spielt jetzt eh ab 12... Oder 16... Ne, 12... Kann man auch einfach jetzt an Loco von 18 einblinden lassen... Ne, lass es lieber sein... Ist ja eigentlich verboten... Schimpf oder in LPs... Ich glaubte er nicht... Aber... Ich lass es lieber sein... Außer ich kann mich echt nicht beherrschen... Dann... Gibt's welche Schimpfwörter von mir... Auch wenn ich die schon bestimmt gesagt habe... Den anderen... Parts... Egal... Vergiss alles was ich grad gesagt habe... Bis zu dem Punkt... Ab den Schimpfwörtern... Okay... Ja... Okay... Gut... Soll ich's doch mitnehmen... Komm ich nehm's doch mit... Boah... Mir ist schon noch gefallen, Alter... Und wie genau soll ich da jetzt hinkommen? Warum lang? Hm? Ich hab irgendwie Angst... Soll ich probieren? Ich weiß dann... Ich weiß es nicht... Ähm... Ihr probiert einfach... Boah... Fick dich, Alter! Ja... Ich bin ganz lieb... Na ja, mal gucken, ey... Äh... Nö... Ähm... Ähm... Ja... Wie genau soll das gehen? Eine Idee? Schreib ich doch in die Kommentare näher... Dann werde ich ihn nicht... Also ich werde sie lesen... Da ist gleich die Szene durch... Und... Antwort auch... Meistens... Wenn ich Lust habe... Sonst keine Beleidigungen sind... Was ich schon mal gekriegt habe... Na ja... Kommt zu glauben... Ja... Den Part muss ich nicht sagen... Es war zudem... Ein Part... Wo ich so geschrieben habe... Dass es mein erstes Video war... Ja... Dementsprechend... War es auch... So bewertet... Hm... Doch hier oben lang... Oder? Ja... War doch richtig... Äh... Boah... Ich dachte schon... Ich müsste es nur mal machen... Weil ich beide noch habe... Ach... Man muss sich ja behalten... Ey... Ich bin ja dumm... Ich bin mal kurz weg... Ich bin... Alles klar... Verfolgung, Verfolgung! Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Die Götter wollen Taten sehen, keine Konzilien. Aber es ist ein Konzil, das heute über dich richtet. Ihr richtet über gar nichts. Atlantis ist zerstört. Da ist nichts mehr zu ändern. Alles muss blenden. Erst dann kann das siebte Zeitalter beginnen. Du bist im Wahnsinn verfallen. Ich wette mich ab von dir. Für deinen Pfarrer. Dafür, dass du das Wissen des Sion missbraucht hast, um unsere Armeen gegen uns zu führen, verstoße ich dich für alle Zeit aus den heiligen Orten der Drei und verbanne dich in den immer kalten Limbus der Ewigkeit. Es ist zu spät. Das Räderwerk von Katar ist schon in Bewegung. Lampen singen werden. Lampen lang, zur Dank weiter. Habt ihr die Zeichensprache gesehen von Chukar? Oh, die Handsprache war ganz geil. Das waren Sie? Sie waren die Königin von Atlantis? Ja. Und der Sion birgt seine Geschichte. Er birgt weit mehr als das. Das gesammelte Wissen der Ahnen. Dinge, die euch allen unbedreiflich wären. Was ist das siebte Zeitalter? Wie weit würden Sie gehen, um das herauszufinden, Lara? Nicht weit genug, fürchte ich. Schnell, töte sie. Wir haben viel zu tun. Mit dem größten Vergnügen. Du kannst zusehen, wie ich sie absteche. Joa, äh, recht. Nee. Nein, ich mach's nicht. Ich hoffe, ich kriege anscheinend. Ladebild schon wieder. Spannend. Der Beste der Welt. Ja, da kann man sich lieber fahren, das Motorrad. Wäre so schön. Um wahr zu sein. Ah, da muss ich. Der Rest dann war übertrieben eben. Schauen wir mal, ob man das Mikro aus ist, schon, Ende, ja, 6 Stunden bis jetzt, ja, ich hab mal schnell Lagespieler spielen, Art der Fakt hätte man sich auch sein lassen können, aber egal, ups, Mikro, ja, Sprecher möchte ich, warum nicht, äh, äh, so, Ägypten, Ägypten, da sieht man, die Uhrzeit sogar, oh, ja, kann mich nicht entscheiden, nee, ja, egal, ich überziehe den Part schon wieder, ich, ich daune, äh, ich daune, meinte ich. Geile Schein, die Insel, nicht geil. Voll unnötig, die könnte man auch in die andere reinpacken können. Ja, bis zum nächsten Part sage ich und tschau.